Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil von meinem kleinen Garten-Makeover. Heute wird es hier mit der Fläche weitergehen. Auf der Fläche möchte ich Trittsteine verlegen, die ich mir selber herstelle. Das wird ein spezielles Design aus Waschbeton, dazu nachher mehr. Das wird eine coole Sache. Und jetzt werde ich erst mal anfangen, die komplette Fläche hier von der Höhe her auf ein Niveau zu bringen. Das bedeutet, ich werde alles mit Sprit auffüllen und den muss ich mir erst mal hochtragen. Also ich wohne am Hang, das bedeutet schleppen, aber fangen wir einfach mal an. So, Leute, dann würde ich sagen, legen wir mal los mit dem heutigen Power-Workout. Ganz schöne Buckelarbeit. Also wenn man am Hang wohnt, dann braucht man echt Oberschenkel aus Stahl. Ja, ich mache jetzt mal eine kleine Pause und da zeige ich euch jetzt mal, was ich hier für ein Design, also ich werde ja hier Trittsteine verlegen, was ich da geplant habe. Einen Teil der selber gegossenen Trittplatten seht ihr hier. Der Anteil liegt noch oben. Der Weg wird später aus drei verschiedenen Elementen bestehen und da habe ich mir für jedes einzelne Element eine eigene Gießform gebaut. Das Oberflächendesign der Trittplatten besteht aus Waschbeton. Ja, um den herzustellen, braucht man hier einen sogenannten Entaktivierer. Der wird auf die Schalungsform aufgetragen. Danach wird die Platte gegossen und dann, nach 24 Stunden, kann man die obere Schicht dann auswaschen. Und dadurch kommt dann die im Beton enthaltene Kernung zum Vorschein. Ja, ich habe hier Marmor-Split verwendet. Bei der Herstellung gibt es natürlich tausend Möglichkeiten, wie man das designen kann. Aber die Platte, fast komplett weiß, fällt mir jetzt schon mal ziemlich gut. Auf die Herstellung vom Waschbeton werde ich jetzt hier nicht mehr kurz eingehen. Da habe ich kürzlich erst ein ausführliches Video dazu gemacht. Das werde ich euch mal da oben verlinken. Und wenn es euch interessiert, dann könnt ihr euch das ja mal anschauen. Ja, die Zusatzmittel, die man zur Herstellung braucht, wie jetzt zum Beispiel den Entaktivierer. Den erhaltet ihr im Online-Shop von der Firma Hebau unter Wow Your Concrete. Das werde ich euch mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Und dann könnt ihr euch die Sachen besorgen und euren eigenen Waschbeton herstellen. Wie gesagt, bei den Designs, da sind keine Grenzen gesetzt. Da müsst ihr nur etwas kreativ sein. Waschbeton ist natürlich auch besonders gut für Trittplatten geeignet, weil die Oberfläche letztendlich ziemlich rau ist. Und dann hat man da im Winter oder bei Regen keine Probleme mit Glätte. Dann gehe ich jetzt erst mal noch ein paar Eimer schleppen und dann kommt ein Spezialgerät zum Einsatz. So Leute, letzte Arbeit für heute. Wie ihr sehen könnt, ist die Sonne fast weg. Das bedeutet, ich kann mein Laser jetzt mal hier noch benutzen. Den Laser kann man nicht verwenden, wenn die Sonneinschrankung so hoch ist, weil dann sieht man die Striche hier nicht. Mit dem Laser kann ich mir 360 Grad überall das gleiche Niveau anzeigen lassen. Seht ihr hier. Also es wird hier überall übertragen und daran kann ich jetzt meine Fläche dann ausrichten. Ich werde mir jetzt hier solche Stücke im Boden schlagen. Strich seht ihr hier. Kann ich jetzt genau ausrichten. Und das wird später meine letztendliche Höhe sein, also die Oberkante von der Trittplatte. Jetzt muss ich noch die Materialstärke von der Trittplatte abziehen. Das sind 3,5 Zentimeter. Und das ist dann die Höhe, wo ich mir jetzt die Rohre anlegen kann, wo ich dann den Splitt mit abziehe. Und dann brauche ich die Platte nur noch drauf zu legen und dann sollte alles die gleiche Höhe haben. Ja, also ihr seht, so ein Laser ist echt praktisch. Ich werde euch mal unten in der Videobeschreibung verlinken, damit kann man echt gut arbeiten. Neuer Tag, immer noch gleiche Baustelle. Da würde ich sagen, fangen wir mal mit der Verlegung der Platten an. Ach übrigens, kommt euch sowas bekannt vor? Er ist mit zwei Minuten weg und schon wird die Baustelle zum Spielplatz. Also ich muss sagen, ich habe sowas ja noch nie selber gemacht, aber schon mal zugeschaut und von daher bin ich gespannt, ob ich das hinbekomme. Jetzt werde ich mir erst mal die Höhe von dem Rohr hier ausrechnen. Ja, die schaut schon mal ganz gut aus. Dann schauen wir jetzt einfach mal, wie das mit dem Abziehen funktioniert. Sollte eigentlich auch kein Hexenwerk sein. So Leute, mal ein kurzes Zwischenfazit von mir. Also es hat bisher alles echt reibungslos funktioniert. Fast dazu problemlos, würde ich sagen. Aber ja, ich hoffe, das bleibt auch so und ihr habt wieder mal gesehen, also ich bin ja auch kein Handwerker, sondern nur Heimwerker. Man muss es einfach mal ausprobieren. Und in diesem Sinne legen wir jetzt einfach mal die erste Platte und dann schauen wir mal, ob es ein Problem, wo es weitergeht. So, jetzt noch ein bisschen ausrichten, dann liegt die erste Platte schon. So, wie sieht es von oben aus? Ich denke, kann man lassen, oder? Ja, die Platten sind fertig verlegt. Das Ergebnis seht ihr hier. Also ich bin echt top zufrieden. Es ist genauso geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Im nächsten Arbeitsgang werde ich jetzt hier in den Zwischenräumen also zwischen den Platten noch Zierkies verlegen. Ja, da habe ich mir so schwarzen Basaltkies verwendet, mit einer Keinung von 816. Ich denke, das sieht dann ganz gut aus. Der Kontrast zwischen den weißen Platten und dem dunklen Zierkies. Und da habe ich mir heute Nacht noch mal Gedanken gemacht. Also ich möchte nicht, dass sich der Schotter hier, also der Split mit dem Zierkies dann vermischt. Und deswegen werde ich jetzt hier noch so ein Trainagevlies unterlegen. Ja, ist jetzt noch ein bisschen Arbeit, aber ich denke, ist sinnvoll. Dann mache ich damit mal noch weiter. So, die Arbeit wäre auch erledigt. Dann heißt es noch ein letztes Mal Steine schleppen. Puh, da kommen schon die Platte rein. Wir haben eine kleine Pause. Das sieht doch jetzt hier schon ganz anders aus, würde ich sagen. Und der Zierkies, den ich hier verlegt habe. Ja, der wirkt jetzt noch ein bisschen hell. Das liegt aber auch daran, dass der noch ziemlich staubig ist. Ich werde jetzt die gesamte Fläche hier nochmal mit dem Dampfstrahler abstrahlen und dann werden wir die Platte noch versiegeln. Da Betonoberflächen bekanntlich ziemlich schmutzempfindlich sind, werde ich jetzt auf die Oberfläche noch eine Imprägnierung auftragen. Ja, ich verwende hier das Produkt Colatec Max. Den bekommt ihr ebenfalls im Onlineshop von der Firma Hebau. Ja, da gibt es verschiedene Produkte. Das Produkt hat jetzt den Vorteil, dass die Optik komplett erhalten bleibt. Es gibt auch noch Produkte, wo eine Farbintensivierung dann erfolgt. Aber ich habe mich jetzt dafür entschieden. Ja, und das trage ich jetzt mal auf die Oberfläche auf. Ah ja, Leute, bevor ich es vergesse, für euch gibt es noch ein Buttcoat unter Grade 10. Gibt es zehn Prozent auf eurer Bestellung. Ausgenommen sind nur Handschleifpads. Könnt ihr noch Geld sparen. So, wieder eine Arbeit abgeschlossen. Als nächstes geht es jetzt mit dem Pflanzbeet hier weiter. Ja, das habe ich mir ja mit den Rabatten angelegt. Und da werden wir jetzt ein paar Pflanzen neu empflanzen. Bei der Pflanzenauswahl habe ich meine Freundschaft entscheiden lassen. Ja, die wollte hier irgendwas Buntes. Hat gemeint, Hortensien werden ganz schön. Was habe ich dann besorgt? Hortensien. Und die pflanzen wir jetzt ein. Schade. Schade. Tja. Boat, ich habe die Ziele abgeschoben! Ja, sicher. Boat! Boat. Boat! 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 So, gleich noch ein kleines bisschen wässern und dann würde ich sagen, das ging ja uck zuck. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 So Leute, das war die Ergebnisse, habt ihr gesehen. Ich würde sagen, die ganze Arbeit und der Aufwand, die haben sich auf jeden Fall gelohnt. Wenn man sich den Unterschied anschaut, wie es davor hier ausgeschaut hat und wie es jetzt aussieht, würde ich sagen, kann man auf jeden Fall lassen. Und ich würde es auf jeden Fall wieder so machen. Ja, was hat sich jetzt hier getan? Ihr habt ja gesehen, dass ich als erstes hier die Abatten gesetzt habe. Da gibt es ein extra Video dazu. Dann ging es mit der Fläche hier weiter. Die Trittplatten aus dem hellen Waschbeton habe ich mir selber gegossen. Und ja, die Trittplatten, das war zwar ein ziemlich großer Aufwand, aber wenn man solche speziellen Platten mit diesem Design und der Oberfläche haben will, dann kann man sowas halt nicht kaufen. Dann muss man sich selber machen, wenn man Wert auf individuelle Gestaltung legt, sage ich mal. Ja, damit wäre das Projekt auch wieder abgeschlossen. Ich denke, ihr habt auch wieder gesehen, dass das Ganze kein Hexenwerk ist. Man muss jetzt einfach mal anfangen und dann wird es irgendwann auch fertig. Heute sind wir fertig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Ich hoffe, dass ihr demnächst wieder einschaltet. Und wenn ja, dann lasst doch einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar. Ist üblicher halt, schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Für heute verabschiede ich mich. Macht's gut. Ciao.